Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Die Firma Gadi ist ein langjähriger Partner der Firma Steyr und jetzt stehen wir hier vor einem neuen Modell vom Expert 4.1.40, den wir hier heute präsentieren dürfen. Es gibt vier Modelle vom Steyr, vom Expert geht von 100 bis 140 PS zurzeit. Die Expert-CVT-Serie gibt es mittlerweile seit ungefähr fünf Jahren. Eingesetzt wird dieser Traktor speziell im Grünland, im Ackerbau, im Pflegebereich, im Forstbereich erst universell einsetzbar. Der Steyr Expert-CVT 4.1.40 ist ein neues Modell und unterscheidet sich auch wesentlich von den Vorgängermodellen. Er wurde überarbeitet vom ganzen Fahrkomfort, von der Vorderachsfederung bis hin zur Kabinenfederung. Dann geht es weiter, die Kabine wurde überarbeitet mit der neuen Armlehne, und der neuen Technik. In der Kabine sind über 65 Dezibel, dafür erhöht sich der Fahrkomfort. Am Fronthubwerk gibt es auch eine elektronische Fronthubwerksregelung, etiallt für Grünlandarbeiten, fürs Mähen, Wurchen und Schäden. Neu sind beim Steyr Expert-CVT jetzt auch die Steuergeräte. Hier kann man am Heck bis zu vier elektrische Hecksteuergeräte haben, drei Mitnachsteuergeräte fürs Fronthubwerk und für den Frontlader extra. Das heißt, der Traktor kann mit bis zu sieben Steuergeräten werkseitig ausgestattet werden. Die Hubkraft beim Traktor liegt durchgehend bei 5600 Kilogramm am Heckhubwerk und vorne haben wir 2500 Kg. Mit der elektronischen Fronthubwerksregelung haben wir den Vorteil beim Mähen. Damit unterstützt der Traktor die Fronthydraulik das Mähwerk. Es ist eine elektronische Entlastung vom Mähwerk. Wenn ein Widerstand kommt, keine mechanische Entlastung mehr. Der Trakt ist auch mit einem neuen Monitor ausgestattet, mit dem 700er Plus. Dieser Monitor ist von der Aufzeichnung her viel schneller und man kann auch viel mehr machen. Man kann die Steuergeräte individuell belegen, man kann sie hin und her verstellen, wie man sie braucht. Natürlich können wir diesen Trakt auch komplett mit dem RTK-Lenksystem ausstatten. Ein Vorteil bei dieser Maschine beim CVD ist auch die aktive Stillstandsregelung. Das heißt, der Traktor steht unter Volllast bergauf, bergab, ohne Bremse, ohne Kupplung. Der Steyr-Expert ist in der BS-Klasse von 100 bis 140 BS zu haben. Am 9. und 10. März findet bei uns der Gadi Markt statt. Hier kann dieser Traktor auch in Natura besichtigt werden. Wir als Firma Gadi sind sehr stolz, den Marktführer aus Österreich die Firma Steyr als Partner vertreten zu dürfen.